... und viele Freizeitsportler, aber auch Profis, die mit dabei sind. Und ihr seht es, auf dem Sensorcourt wird umgebaut. Und ich habe mir ein, zwei Experten an meine Seite geholt. Paul Becker könntet ihr kennen, das ist einer der Sportler. Und wir haben glaube ich Ines noch am Start. Ines Pianka, könnt ihr euch an die noch erinnern? Das ist schon zwei, drei Tage her, da hat sie nämlich auch ganz ungeheblich auf dem Platz. Ich habe den Namen bekommen. Und Britta, Steppi, Danni, Marit, Ahle, Thomas, Silvie, Mike Garnettel. Und Kostos und Tremium, die Tema, das sind Eddie, Hansi, Christian und Marcir. Vielleicht geben die alle einen großen Applaus, die haben noch nie vor so viele Schulten jetzt. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen auf den Hits. Jetzt habe ich auch zehn Tage Urlaub dort und gebe Training. Da habe ich dann auch mal frei. Und es ist echt eine kleine Familie geworden. Jana, Andi sind auch dabei, Ola, Schröder sind auch dabei. Und es ist alles lieb zu sein. Wir sind Profil, der selbst die ganzen Techniken beherrscht. Nerven aufreitend, die können es halt noch nicht so gut. Oder besonders spannend. Ja, es macht Spaß. Viele lernen natürlich extrem schnell. Gerade wenn man ein absoluter Anfänger ist, geht das ganz klopft. Und das macht uns natürlich auch Spaß. Fries, du bist nach deiner professionellen Verriere quasi auf die andere Seite gewechselt. Als Trainerin. Beachvolleyball.de Das ist auch was uns wichtig ist. Sehr, super Patsch, sehr schön. Sie können sich auch gerne bei mir melden. Wir sind oben, von Sollendorf haben wir unseren Stand. Einfach nochmal vorbeikommen. Ansonsten auf unsere Seite gucken. Beach-volleyball.de und der Beach-Academy. Und wir sind jetzt im Herbst nochmal fünf Wochen hin und vorbei. Ganz normale Side-Out spielen. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Wie man es in einer Beachvolleyball ist, ist es so, dass man immer, wenn man den ersten Angriff hat, eine andere steht und ein großes Vorteil hat. Das ist auch der Grund, warum, wenn man die Wahl gewinnt, heißt die andere. Ich weiß nicht, die letzten Grund haben wir auch nicht gemacht. Und? Wow. Das nehmen wir hier. Wir werden Spaß und Max, Lama und Arnie. Hast du. Ja, das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Ich erzähle Ihnen, was wir hier gleich sehen, dass es eine Trendsportart, vielleicht ja auch gewammert, in den Arenen ein Darstand. Genauso feneidisch. Hier feiert wieder Beachvolleyballen hier am Strand von Jemlaufer Stadt. Der Applaus nochmal für die Jungs-Amerika. Der Applaus nochmal für die Jungs-Amerika. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann.